Kinderkinder servus, ihff' jetzt wieder euer Max! Sagt's aber mal, wen ich ein bisschen Besuch hab' Die Rosalie. Rosalie, heut ist ich gar nicht gut bei einem... Die hat's schon den ganzen Tag geblendet... Was ist los? Ich Seite Jetzt auch. Tut's da weh? Wir tun das jetzt genau. Wir schauen jetzt mal. Jetzt auch. Bumm, bumm. Ich weiß auch nicht, was du hast. Was ist denn los? Du hast den Bauch. Was hast du denn heute gegessen? Schokolade. Was hast du gegessen? Schokolade. Rosalie, das ist doch klar, dass man den Bauch nicht kriegt. Man kann ja nicht den ganzen Tag Schokolade essen. Du kriegst jetzt eine Fendelkirche und dann gehst du ins Bett. Jetzt wirst du aufzumplänen. Sieh, 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 Sieh! Ich höre aus. Sieh, Sieh, Sieh. Sieh, Sieh, Sieh. Bis zum nächsten Mal.